Kompanieras, die Kompanieros, Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, im Sinne dieser internationalistischen Solidarität ist es auch heute wieder nötiger, denn je, gerade in diesen kritischen Tagen hier in Sicht und Hörewelte der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika, unsere Stimme zu erheben für die Solidarität mit der Bolivarianischen Revolution in Venezuela, mit dem venezolanischen Volk und seiner legitimen Regierung unter dem rechtmäßigen Präsidenten Maduro. Wenn wir von Kubazí und allen hier vertretenen Organisationen und Gruppen unsere Stimme erheben für das venezolanische Volk und seine legitimen Interessen, dann bedeutet das gleichzeitig Solidarität mit allen Völkern auf der Welt, die gegen die imperialistische Dominanz aus Plünderung und Unterdrückung durch die USA, durch die Europäische Union, durch den weltweiten Imperialismus kämpfen. In diesem Sinne, in Abwandlung einer Losung aus den ersten Jahren der kubanischen Revolution, können wir aufrufen, Maduro, Maduro, a los gringos danes duro, venceremos!